Hallo und herzlich willkommen. Heute will ich euch zeigen, wie man ganz einfach sich bei Wordsoft Mail einloggen kann. Dazu öffnet man auf dem Rechner den Internet Explorer oder Firefox. Ich nehme mal den Internet Explorer. Man wartet, bis das Fenster sich öffnet. Hier oben eintragen die Adresse von Wordsoft Mail, je nachdem, was einem an Zugangsdaten zugeschickt wurde oder was man aus dem Verzeichnis entnommen hat. Einfach so, https, doppelt Slash, das heißt Shift und 7, zweimal klicken, addmail01.wordsoft-mail.net slash mail. Dann auf Enter klicken. Warten, bis sich das folgende Fenster öffnet. Wir haben noch die Adresse, https, doppelpunkt, doppelt Slash, addmail.wordsoft-mail.net slash mail slash. Als nächstes bitte in den Bereich Login, das heißt in der Eingabemaske, die E-Mail-Adresse eingeben. Und als nächstes das Passwort. Und abschließend auf Login klicken. Das Fenster geht auf, alles wunderbar, man ist in der E-Mail eingeloggt. Viel Erfolg beim Selbstprobieren. Und letztendlich mit einem Plan. Und vielleicht sind die Eingabemaske, die Eingabemaske, die Eingabemaske. Und eine Eingabe ist in der Eingabemaske, die Eingabemaske ist in der Eingabemaske, die Eingabemaske ist in der Eingabemaske. Und jetzt kommen wieder zum Beispiel, das ist in der Eingabemaske. Untertitelung des ZDF, 2020